ja hallo leute willkommen zu meinem ersten let's play ich habe hier schon mal eine kleine ebene gemacht auf der ich dann mein haus bauen werde ich habe vor ein holzhaus zu bauen und ja dazu brauche ich erstmal holz 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 ja es war so eine workbench da machen wir haben ja schon recht viel holz hier das wollte ich nicht das wollte ich ja mir gefallen einfach holzhäuser am besten von den ganzen steinhäuser zum beispiel gefallen mir auch noch recht gut aber holzhäuser finde ich einfach am besten ein bisschen nachwuchs hier machen vielleicht schon mal die umriss vom haus machen so herr hat da kommen dann hier die tür rein ja passt ungefähr ja und schon wieder brauchen wir holz holz und holz ja Na ja, ich finde es jetzt erst mal wichtig, damit ich den Umriss vom Haus habe. Ja, übrigens, Zombies habe ich jetzt während ich das Hausbau ausgestellt. Ich finde es natürlich mit Zombies auch besser, aber während des Hausbaus kann ich keine Zombies gebrauchen. Jetzt bräuchte ich mal Schafe. Ich wohne voll. Es ist alles so eingehuchert. Wo zur Hölle? Wo zur Hölle sind hier Schafe? Gut, ich buddel mich jetzt einfach hier mal ein wenig rein. Meinen Stein brauche ich hier auch. Vielleicht stoße ich hier auf eine Miene, wenn ich Glück habe. Wäre ganz praktisch eigentlich. Wollten wir uns mal da lang? Nein. Na gut. Ja, soll nicht sein. Auf jeden Fall konnte ich ein bisschen Stein mitnehmen. Oh, Schafe. Geh weg. Ja, es fehlt da genau noch ein Schaf. Ja, es fehlt da genau noch ein Schaf. Wenn. Scheiß Enten. Ich denke so oft, dass Enten Schafe sind. Das ist unglaublich. Ja. Schwein. Oh, das riecht doch nach Schaf. Das riecht doch nach Schaf. Gib mir was ich will. Gib doch. Gut. Wo war das Haus? Ah. Das muss auf jeden Fall größer werden. So laufe ich, habe ich die Gefahr, dass ich es echt nicht mehr finde. Ja, so. Gut. Wieder ein Tag. Ich würde sagen, ich mache hier weiter mal Holz weg. Ich hasse das, wenn in den Bäumen so viel Holz ist. Ich meine, eigentlich ist es ja gut, aber... Ich mag es einfach nicht, weil es so lange dauert, bis man da wirklich jedes einzelne Holzstück rausbekommen hat. Das ist nervig. Naja. Komm schon. Ja. Jetzt dürfte ich hier alles haben. Schaut's aus. Dann bauen wir mal weiter im Haus. Fenster und alles mache ich später rein. Schaf. Oh, nee. Vielen Dank.